Das folgende Video kann leichte Spüren von Ironie und Sarkasmus enthalten. Die folgenden Szenen wurden von professionellen Shisha-Rauchern bzw. Schauspielern dargestellt. Zwei Amateur-Pornos und schon denkt der ist Schauspieler. Ich glaube hier wird geraucht. Wird hier geraucht? Ne. Keine Ahnung, es riecht so? Ne. Ich geh mal rein. Du rauchst was, was rauchst denn du? So geil, die neue Peach Doff-Sorte. Also es ist ein bekanntes Getränk, aber ich darf es jetzt leider nicht sagen. Du rauchst auch was und du? Ja, Peach Doff-Termoment. Geschmeckt? Super. Super. Das auch was? Peach Doff-Juicy Bubblegum. Kennt man ja schon aus Refuse. Super lecker. Wenige Kaukmäse aus dem Automaten. Das auch was? Ich rauch hier den Peach Doff-Bachlava-Pistazie. Schmeckt eins zu eins wie Voltage. Oder auch nicht. Wir haben fünf Flaschen ausgemacht, okay? Vünf Flaschen pro Sorte. Die krieg ich doch noch. Pass lieber auf was du sagst. Ja. Pass bloß auf. Schmeckt super. Und du? Muss auf ein Secret von Piet, aber wenn ich sage was drin, ist es ja kein Secret mehr, oder? Klingt logisch. Timo? 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 Nikotin-Muschi. Immer diese scheiß Nikotin-Muschis. Was hat denn denn in der Hand? Alter, was ist das, Alter? Der hat wieder Tennis jetzt geraut. Ja, der verträgt wieder nichts, Alter. Bei diesen Dreharbeiten kam kein Zipfel zu Schaden. Das ist ja bloß eine Erbsenpistole.